Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich Willkommen zu Assassin's Creed Rogue zu Part 79 und jetzt machen wir da weitergucken wir aufgehauen, was läuft jetzt. Das ist die Royal Navy. Ja. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormac. Das Kriegsglück wendet sich. Das war großartig, nicht wahr? Es ist noch zu früh zum Jubeln. Adewale ist da draußen. Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway. Ja, ich zeig. Kein Schaden durch Brand nehmen. Der Brander nehmen. Ja, klar. Als ob das so einfach wäre. Ja, nee. Ist klar. Als ob das so einfach wäre. Durch Brander keine Dienste nehmen lässt, wenn ich mit dem Schiff nicht fahren kann. Richtig. Wenn ich so langsam fährt. Ja, prima. Wer es so einfach nehmt. So. 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 Jetzt ist mir die Schande. Der ist ein guter Mangist. So wie der ältere Washington und Smith. Ich habe gerne mit ihm getrunken. Wardrobe auch, obwohl er nie viel vertragen hat. Jetzt hätte ich mir den Typ dann ein bisschen anrahmen hier hinten. Genau. So, Kompare jetzt, right? Hier, Dreckhippen, Kompare jetzt. Ja, super. Warum müssen sich die anderen eigentlich auch einmischen? Warum müssen sich die anderen auch einmischen? Und dann noch diese scheiß Wellen jetzt gerade. Ey, das ist doch auch einem alles. Ey, ohne Witz. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt gerade egal. Ja, klar, doch Kriegsschiff, kein Wunder. Ja, komm. Oh, Leute, fahr doch mal da rein jetzt, meine... Na, also... So. Noch mal so ein... noch mal so ein Schuss. Komm, wer auch jetzt. So, der letzte Schuss hier von mir. Boah, ey, das ist so nerven gerade. Mit dem Scheiß. Feuer! Feuer! Jetzt aber komm. Ey, klar, wenn ich das immer von dem Sägen auch abgetrieben hab, von dem Scheiß, Alter, was soll der fuck, Alter? Feuer! 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 Das ist der Schwachpunkt. Trefft sie doch fast fertig. Feuer! 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 Nu, schieß doch, Alter. Was machst du für eine Scheiße? Schieß doch, Alter. Oh, geil! Klar, lass dich doch ran, du Zigeuner. Ey, ernsthaft gerade. Ey. So ein Bastard, Alter, wirklich. Ernsthaft, ey, was für ein Zigeuner. So ein Arschloch, wirklich. Entschuldigung, dass ich gerade ausraste gerade, sorry, wirklich. Entschuldigung, auch für diese... Auch gerade für diese Beleidigung gerade eben. Aber das kann ich anders echt nicht sagen. Wenn der sich auch noch ran lässt, der Penner... Nein, ich sag da zu gar nichts mehr, einfach zu müssen. Das stimmt. Ja. Herr Schön, dass ich nur nur was habe. Ey, ich finde es einfach nur scheiße, dass sich das hier nicht auffüllt, ey. Ohne Witz. Ja, leck Mann Feuer 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 Feuer! 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 Oh, verpiss dich die blöden Schiffe. Feuer! 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 Ja, schieß doch ins Wasser, du Trottel. Klar, klar. Schieß doch ein paar mal ins Wasser, du Vollhorst, Alter. Ey. Sorry, Leute, tut mir, dass ihr euch die Fels antun müsst. Sorry, dass ihr euch die scheiß Fels antun müsst. Aber die Penner regen mich alle gerade jetzt so. Das ist also echt so ein Spiel, wo ich echt sagen kann, dass ich echt ausrasten kann. Weil dann sich gleich die andere Flotte gleich wieder mit einmischendes Spiel. Oh, I mean, ... O, Billy, Ranny! Master, Romador! Oh, Billy, Ranny! Oh, Billy, Ranny! Oh, Billy, Ranny! Oh, Billy, Ranny! Wenn sich die Penner mal einmütteln, wenn sich die Penner da-unt einmischen würde ... dann könnte ich das aber schaffen aber nein die müssen sich hier immer schön einmischen die müssen sich hier das letzte Versuch jetzt alter schön schwachstelle wenn ich nicht mal die scheiße geschützt wird mein treff ja komm keine frage wieder am Arsch das seid ihr eigentlich mit dem Nachladen da ist die schwarze Feuer 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 Ey, wie bin ich hier natt? Seid ihr eigentlich? Seid ihr eigentlich überhaupt mal zu irgendwas fähig, auf irgendwo was draufzuballern? Nee, seid ihr natt? Ey, Leute, ihr regt mich gerade so derbe auf, wisst ihr das? Weil ihr zu allem, weil die ganze komplette Mannschaft, wie ihr alle zu blöd zu allem seid, echt. Das ist mir jetzt egal, wirklich. Scheißvergatten. Ernsthaft, wisst ihr, es ist mir scheißegal, ey. Schon wieder habe ich jetzt zuwider verloren. Ey, ich kann nicht, ich kann nicht noch ein solches Drecksfels gebrauchen. Ich kann hier echt keine Fels gebrauchen. Ich muss mich da nicht schießen. Oh, schön. Oh, verpiss dich jetzt wieder aus dem Weg, meine Haut ab geht's alle. Ich sag's euch, hau' alle auf. So, dass ich manchmal echt in dem Spiel ausraste, aber das kannst du anders echt in dem Spiel. Du kannst in diesen Essens, du kannst in Essensglück nicht einfach normal spielen, das geht nicht. Du kannst dann nur ausrasten jedes Mal, wenn irgendwas nicht ist. Ach, sind die alle schon wieder zurück, das ist ja der Hammer. Ach, sind die alle schon wieder zurück, das ist ja der Hammer. So, da haben wir jetzt schon den dritten Balken angefangen. Ja, die anderen brauchen noch ein bisschen, die sind bald zurück, alle. Vorher schicke ich hier erstmal keine mehr weg, weil ich warte, bis da alle zurück sind, weil das bringt mir nichts, wenn ich sie jetzt alle weg schicke wieder. Und ich muss noch in der Ewigkeit darauf warten. Ja, scheiß drauf. Ähm. Gut, dann werde ich jetzt in den Part gesehen.